Solche Survival-Harpunen-Messer-Sperrdings hast du sicherlich schon gesehen. Der Simon aus Dortmund hat mir dieses Teil hier geschickt und hat gesagt, Rainer, spiel ein bisschen damit und sag mir, ob das ein Survival-Tool ist oder nicht. Und wenn du wissen willst, was meine Antwort ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Oswald vom Survival-Shop. Überlebenskund, schön, dass du dabei bist. Ja, diese Teile hier, die werden auf Amazon und auf Gearbest und auf Alibaba und überall verkauft. So eine kleine Kaidegg-Scheide, die übrigens nicht einmal so schlecht ist, muss ich gleich dazu sagen, also das hält auch wirklich vernünftig. Und dann hast du eben dieses Harpunen-Messer irgendwie so in der Richtung. Schau mal, du hast hier ein gerades Griffstück und dann geht hier so nach unten, wie bei einer Harpune, also bei einem Pfeil, bei einer Speerspitze, die Klinge runter. Das Ganze ist auch halbwegs scharf, wir werden es dann nachher auch gleich testen. Und die Idee dabei, so habe ich mir sagen lassen, ist, dass ich ein Messer habe, mit dem ich arbeiten kann und ich habe auch gleichzeitig die Möglichkeit, das hier an einen Speer drauf zu geben. Und damit Fische zu jagen und, weißt du, Wildschweine abzuwehren und solche Dinge. Auch über das werden wir gleich sprechen. Aber bevor wir über den zweiten Aspekt sprechen, müssen wir mal schauen, ob das überhaupt als Messer taugt. Weißt du denn, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wenn man so ein Multifunktion, so ein Multi-Use-Teil hat, ja, dann soll das natürlich auch all die Funktionen, die es hat, den Use, den Nutzen, die Gebrauchsmöglichkeiten auch wirklich sinnvoll ausleben. Boomst du, ja. Also das funktioniert, ich meine, ist klar, ist ein Stück Stahl. Technische Daten findest du unten, ich gebe dir den Link auf Amazon und auf Gearbest. Dort habe ich es nämlich gefunden. Und ich schaue dir das ganz einfach an. Also für so Kleinigkeiten ist das auf jeden Fall gut. Und ich möchte gleich was dazu sagen. Wenn man wirklich in einer Überlebenssituation in der Natur ist, dann ist jede Art von Klinge, selbst eine grausliche Kaka-Klinge, besser als keine Klinge. Wir machen zum Beispiel auch beim Survival Mentor, billige Eigenwerbung, bei meinem Coaching zeige ich dir, wie du Messer improvisieren kannst aus Steinen. Und aus anderen Materialien, wobei die anderen Materialien leider alles Kaka ist, aber es geht so halbwegs, damit du gewisse Tasks, die notwendig sind, also Tasks, ich muss immer so Englisch reden drüber, also Aufgaben, die du zu erfüllen hast draußen, bewältigen kannst. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Und ich mache bei den Messertests zum Beispiel immer diese Locken. Und das hat einen ganz speziellen Grund, weil man das brauchen kann in einer Überlebenssituation in der Natur. Warum? Weil ich mit diesen Locken, wenn alles nass ist, das ist so eine nass-Feuer-Mach-Technik. Wenn alles echt kackernass ist, dann kann ich aus dem Kernholz von irgendeinem Holzstück zumindest da solche schönen, feinen Locken machen und habe Material zur Verfügung. Jetzt werden dann viele sagen, ja, Birkenrinde, Kienspann, ja, wenn ich das alles habe, ist ja alles gut. Aber jede weitere Technik, die du beim Überleben in der Natur drauf hast, hilft dir im Notfall. So, jetzt habe ich da so ein paar Locken gemacht, das gehört natürlich viel, viel mehr, speziell wenn es bei Feuchtigkeit ist. Aber das ist der Punkt und das macht es. Also da muss ich echt sagen, das macht es. Ich habe es nicht nachgeschliffen. Wir haben es schon ein bisschen im Einsatz gehabt, aber ich habe es noch nicht nachgeschliffen, also das macht es. Dann, es ist auch so, dass man den Feuerstahl damit bedienen kann. Ja, so. Und brennt. So. Also auch das passt. Das funktioniert recht gut. Man kann damit wirklich schöne, feine Locken machen. Also, klar, das ist jetzt kein Haarmesser, wo ich so, boah, da haben wir da, da wählt ein Loch raus, da kann ein Baum fällen. Nein. Aber so als kleines Teilchen ist es absolut in Ordnung. Es wirkt ja auch fast nichts. Also solche Kleinigkeiten sind damit wirklich gut machbar. Die nächste Aufgabe, die so ein Messer hat in einer Überlebtssituation in der Natur, ist natürlich gewisse Schnitzarbeiten zu machen. Und da gibt es, da muss ich gleich dazusagen, bessere Exemplare. Da gibt es Teile, die wirklich mehr drauf haben. Ja, also das ist einfach, wie man in Österreich sagt, Botschaft zum Nehmen. Wie sagt man das auf Deutsch-Deutsch? Also nicht auf Österreichisch Deutsch, sondern auf Deutsch Deutsch. Botschaft? Schwierig. Unangenehm. Vielleicht schreibst du mal einen Kommentar, wie man das sagen kann. Es ist einfach blöd zum Nehmen, weil du bei diesem schmalen Griff, der da ist, da kriegst du keinen Druck zusammen. Und dann natürlich das, wo ich mich immer aufrege. Ich weiß. Wo mich auch viele andere Leute dafür kritisieren. Und das ist gut, kritisiere mich. Ich finde das voll schön. Und schreib mal bitte einen Kommentar dazu. Das ist mir am liebsten. Das hier. Ich hasse das. Weil das weh tut. Und ich habe das jetzt auch getestet mit Handschuhen. Da wird auch ein Video dazu kommen. Ein eigenes Handschuh-Mythen-Video. Das hilft mir da auch nicht wirklich, um mehr Grip zu haben. Weil wenn ein Messer vom Griff hier ein Schaß ist, wie man sagt in Österreich, dann ist es ein Schaß mit Handschuhen oder ohne Handschuhe. Da bin ich drauf gekommen, weil ich jetzt viel mit Handschuhen gearbeitet habe. Heißt nicht, dass Handschuhe schlecht sind. Nein. Aber Themenwechsel. Also das ist schlecht zu nehmen. Das ist schwierig zu nehmen. Und da gibt es Besseres. Gut. Also... Gut. Ich meine, ich habe da jetzt eine Sollbruchstelle an der Stelle. Das ist okay. Power-Cut. Das ist natürlich alles machbar. Aber das ist halt nicht so einfach und nicht so schön zu machen, wie bei einem richtigen Messer mit einem richtigen Griff. Und auch dieses kleine Teilchen hier da, an der Stelle, das kann mit der Zeit wehtun. Also das haben sie schön verarbeitet. Die Chinesen muss man schon sagen. Aber trotzdem, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht wehtut. Lange Rede, kurzer Sinn beim Schnitzeln. Es geht. Es geht. Es braucht viel mehr Energie und es braucht viel mehr Aufwand. Aber besser als nichts ist es allemal. Jetzt wollen wir uns zum zweiten Aspekt von diesem Teil näher unterhalten. Nämlich Wildschweinabwehr und Fischjagen. Also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn das irgendjemand mag. Aber überlegen wir mal ganz, 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 ganz logisch. Fangen wir mit Fischen an oder mit Ajagen von Tieren. So. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin hier unterwegs im Buschkraftareal. Wie gesagt, billige Eigenwerbung. Den Link findest du natürlich unten auf www.faldola.at. Und ich bin hier unterwegs und es gibt hier einiges an Wildtieren. Es gibt von den ganz kleinen Mäusen. Also den Blödsinn. Das machen wir mit einer Falle. Gibt es Informationen bei meinem Nahrungs-Online-Kurs. Zeige ich dir natürlich. Die fangen wir lieber mit einer Falle. Oder auch Eichkatzel. Eichkatzel. Selbst wenn ich da so ein Speer drauf habe. Nimm einen Wurfstock. Und das musst du auch üben. Und auch das müsstest du üben. Also wenn du das in Ägypten hast, vergiss es. So. Rehe. Komm an die ran. Wenn du so nah an die ran kommst. Dass du ihnen das hier so reinjagen kannst. Dass die davon laufen und irgendwo dann verenden. Das möchte ich sehen. Ich möchte das wirklich sehen. Es geht einfach nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja. Und außerdem noch einmal. Was bringt es dir, wenn du dein einziges Messer in das Reh reinwirfst. Ja. Und ich bezweifle noch immer, dass du nah genug ran kommst. Und dann auch wirklich trifft. Und dann steckt das da drin. Und dann läuft das. Glaubst du, dass du das mit dem niederstreckst? Niemals. Niemals. Vielleicht von 10.000 Mal einmal. Das ist doch ein Glücksschuss passiert. Aber sonst steckt das drin. Das Tier, das Wildtier läuft weg. Verendet vielleicht daran. Oder hat eine Verletzung. Eine lebenslange Verletzung. Steckt da drinnen. Das eitert. Das ist voll super dann wahrscheinlich. Gell. Ich meine ernsthaft. Das ist sinnlos. Wirklich. Du hast einfach zu wenig Kraft dabei. Ein Rothirsch. Ich sag's jetzt ganz brutal. Also wenn du ein Kind unter 18 bist, dann halt dir dann die Ohren zu, wenn ich so mache. Wenn du ein Erwachsener bist und sagst, ich will keine Fäkal-Aussprüche hören, dann auch, wenn ich so mache, bitte die Ohren zuhalten. Nämlich, also wenn du versuchst, einen Rothirsch ranzukommen, einen wirklichen wilden Rothirsch oder Rothirschkuh und wie sie alle heißen und Kalb und so. Dann, ja, das kannst du dir wirklich in den Popo stecken. Es geht nicht. Ich hab schon gesagt, kannst du wieder wegnehmen. Ja, so. An die kommst du nicht ran. Du kommst nicht ran an die Sonar mit dir. Ah. Und wenn du das kannst, ich behaupte nicht, dass es nicht Leute gibt, die das können, dann hast du so lange geübt und hast es nicht notwendig. Aus dem, wo sind wir? Das ist Blödsinn. Fisch. Also, wenn ein Fisch an der Oberfläche dahin schwimmt, dann wirst du den nicht harmonieren können. Besonders mit dem hier. Woran sprechen wir? Von so einem Fisch? Dass, glaubst du, wie groß der sein muss? Dass du da auch wirklich, wie tief du da reinfahren musst, damit dieser Teil hier so weit in das Fleisch eingeht, damit dieser Widerhaken irgendwie eine Wirkung haben kann. Was ist denn das für ein Fisch? Das kann ich nicht... Das heißt, du kannst vielleicht, wenn ein Fisch gründelt, seichten Wasser, gründelt, den anstecken und ihn so am Boden niederhalten und das geht vielleicht. Auch größer muss das sein. Aber da bin ich jetzt auch wieder, ich gehe jetzt mal hier im Buschkraftareal, wir sind hier im Mittelgebirge, da geht das gar nicht. Ja? Weil die Forellen und die Bachseiblinge, die schwimmen nicht, das spielt es nicht so einfach. Außerdem stehst du da in dem kalten Wasser und da wird dir so kalt, auch im Sommer, komm vorbei auf www.valdoller.de, kannst du das ausprobieren. Gebe da unten den Link. Deine Zehen, deine Füße werden innerhalb kürzester Zeit ein Eisblock. Das geht einem Nutz von der Seite. Das ist alles nicht so einfach. Ja? Und wenn ich weiter rausgehe in den Donauraum, wo es auch Donauarme gibt, wo dann zum Beispiel Karpfen schon wieder herumschwimmen und Schleien und all diese Dinge, das kommst du auch nicht so nahe. Also das ist für mich, für meine Persönlichkeit ist es nett, aber es ist nicht realistisch. Es ist einfach nicht realistisch. Gut, jetzt könnte man sagen, Jagd ist das eine, aber ich will mich vor dem Wildschwein schützen. Wildschweinangriffe sind im Moment ein Thema. Es kommt immer mehr, weil es immer mehr Wildschweine gibt. Und ich habe mir das Thema schon vor Jahren angeschaut und habe es jetzt über die letzte Zeit beobachtet und habe jetzt sehr viel Expertise, sehr viel Zeit darin investiert, in das Thema Wildschweinangriffe mit Leuten gesprochen. Und es wird in Kürze, also im Frühjahr 2020 ein eigenes Buch zum Thema Wildschweine und Wildschweinangriffe und solche Dinge geben. Gebe da unten den Link für weitere Informationen, wenn du dich für dieses Buch interessierst. Aber der Punkt dabei ist der. Ich habe mir angeschaut, wie solche Wildschweinangriffe ablaufen, wobei die eh relativ selten sind. Und ich denke mir, wir kennen das von den Survival-Serien, da binden sich dieses Messer da vorne drauf, damit sie dann nachher das Wildschwein gegen das böse Wildschwein sich verteidigen können. Das geht vielleicht bei einem kleinen Frischling. Aber wenn eine Bache oder ein Eber oder Keiler vor dir stehen und zwar so gescheit und selbst die Halbstarken, die Überläufer, das sind schon richtige Apparate. Die sind so schnell, die sind so kraftvoll, wenn sie denn wirklich so weit kommen, dass sie die angreifen. Da haben Leute, die echte Schusswaffen haben, teilweise keine Chance. Und wenn ich mir vorstelle, dass du in ein Muskelbepacktes Panzervieh, so nenne ich das Wildschwein, das hier reinrammen willst du, um es damit aufzuspissen, dann geht das durch das Wildschwein durch, 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 durch das ist ein Blödsinn es kommt so viel Energie auf dich zu also noch einmal, das hier als Abwehr für ein Tier anzusehen so wie wir das in Survival-Serien sehen, der sich bei diesem Survival-Duo dann später, da gibt es ja auch viele und da gibt es eine Folge wo der Militär der aus der Militär-Affine sich das vorne drauf, Verteidigung ist das erste, was mich interessiert und ich verstehe dass ein Soldat so denkt aber gegen, ein Wildschwein ist das sinnlos Blödsinn, das kannst du für deinen Kopf machen, wie sehr viele Abwehrgeräte eigentlich für den Kopf da sind, aber das ist eine andere Geschichte aber keinen Praxisnutzen, echt nicht ich konnte das natürlich nicht testen bei einem echten Wildschwein ich will das auch nicht testen bei einem echten Wildschwein aber das funktioniert nicht, das sagt der der normale Menschenverstand sagt das also noch einmal, führen wir zusammen Nummer 1 Jagd, vergiss es vergiss es wenn schon Bogenjagd absolut schwierig ist, besonders mit so einem Schmoren da vergiss das dann kannst du nicht mit einem Speerwatt, du kommst gar nicht nah genug ran Fischen such dir Varianten die wirklich funktionieren, kommen dann gleich dazu und auch dieses Abwehrthema, das ist ein Blödsinn und wenn ich ein Tier habe, der nicht ein Wildschwein ist das ich abwehren will, dann reicht der Stock weil manche sagen, tollwütiger Fuchs da reicht der Stock auch, dass ich so lang auf den eintresch ja, weil der ist ja dann okay, verstehst du was ich meine, das ist ganz eine andere Welt, aber für ein Wildschwein stechen, dreschen, das macht dich fertig sinnlos lange Rede, kurzer Sinn für diese drei Aspekte, die ich da jetzt angesprochen habe diese Jagdfisch sozusagen Jagdfischerei und Abwehr da brauchst du Materialien, die einfach sind und die auch wirklich wahrlich funktionieren und nicht so ein Huschpfusch so, also Messer, ja ist okay gibt bessere, gibt aber auch deutlich schlechtere das Problem ist eher der Griff macht es da Sinn, ja aber da es im zweiten Bereich bei dieser Multifunktionalität nämlich bei Jagd und Abwehr nur ein Placebo ist ja, einen Placebo-Effekt für dich hat stelle ich das gesamte Konzept in Frage verstehst du? weil warum nehme ich mir dann nicht ein anderes Messer mit das ich besser greifen kann, das performanter ist und auch klein und leicht und kompakt das aber nicht auf einen Speer so einfach gebunden werden kann wenn eh das andere mit der Jagd, mit der Fischerei mit der Abwehr meiner Meinung nach absolut eine Sinnlosigkeit ist dann brauche ich dieses Konzept so in dieser Form nicht wenn du es kaufen willst tu es es ist lieb, es ist nett aber es ist keine Notwendigkeit und da gibt es bessere Varianten wenn dir das Thema interessiert dann schau bei meinem Survivalmenter-Programm da war ja billige Eingwerbung bei meinen Büchern schau dir an, wie ich über über Leben in der Natur denke was da mein Ansatz ist das Wildschweinbuch gebe ich da auch unten den dazugehörigen Link für weitere Informationen vielleicht magst du mal vorbeischauen hier auf waldurlaub.de das wäre auch ganz nett Daumen nach oben oder nach unten schreib mir einen Kommentar bitte, bitte schreib mir einen Kommentar andere Videos Abo und bis bald tschau gott und bis bald ich würde mir einfach mal vorbeischauen je würde mir einfach mal vorbeischauen